Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. So, in der letzten Folge, da haben wir uns ja hier mit dem Zwergen von Hacker auf den Weg gemacht, dieses Casino zu stürmen. Haben wir dann auch erfolgreich geschafft. Und jetzt müssen wir uns mit den Zwergen nochmals treffen und auch die Arena stürmen. Ja, und das machen wir mal direkt. So, wo war denn hier nochmal der Ausgang? Hier. Okay, schauen wir mal, was wir jetzt in der Arena finden. So, Leute. Kommt mit. Ja. Wo war denn? Ja, hier. Runter. Kommt mit. Okay, ich schau mal kurz auf der Map. Wo war das denn? Oh, das ist ja hier in der Nähe. Gut, müssen wir hier kurz hoch und dann nach rechts. Geradeaus weiter. Ja, suche ich. Wo bist du? Ah, hier rein. Ah, das ist ja ganz in der Nähe. Abgeschlossen? Warum? Oder hier. Hallo, Freunde. Du bist nicht von hier, oder? Hm. Hacker hat euch geschickt. Genau. Auf dein Wort. Gehen wir. Gehen wir. Haben nicht ewig Zeit. Ihr habt ihn gehört. Wir gehen rein. So, dann wollen wir mal. Wo ist das denn, Freunde? Ich folge euch. Oh, jetzt gibt's schon Schläge hier. Oh, Silberschwert. Will mich mein Silberschwert. Moment mal. Haltet euch die Augen zu. Schalwaffe. So. Und tschüss. Kein Angst trauen. Zum Glück gibt's hier keine Polizei, ne? Weißt du, es ist offensichtlich, dass du dir mal dein rechtes Bein gebrochen hast. So, sind die schon alle vor, oder? Scheint so. Kommt her, Freunde. Ah, wieso packe ich denn immer meine... Silberwaffe tut nix zur Sache hier. Die hatten nur drei Wachen. Das war aber nicht viel, ne? Schauen wir mal, was hier in diesem Loch ist. Okay, was gibt's hier tolles? Nix. Hier sehe ich nix. Gehen wir mal weiter. Ah, hier sind ja noch mehr Leute. Bäm, keine Chance. Wir nehmen gerne alles mit hier, ne? Hühnchen. Oh, hier. Ne, das war nur Lug. Oh, da sind aber mehr Leute. Ach, das ist schon wieder mein Silberschwert. Oh, muss ich alles alleine machen jetzt? Die sind wohl alle tot. Moment mal, greifen die mich nicht an? Hm, die greifen mich wohl nicht an, oder? Die haben mich doch gesehen. Wie sollen die mich nicht angegriffen? Was gibt's hier? Hier gibt's nix. Ich weiß gar nicht, wo ich nicht soll. So viele Wege. Geh einfach immer jede Spur weiter lang. Ah, doch, die greifen mich schon an. Boah, das sind aber ganz schön viele, ne? Genau, haltet euch die Augen zu. So, ich nehm, ich nehm jetzt mal hier Schwalbe zu mir. Und, Moment mal, ich wähl mal hier unseren Donner-Trank aus. Wo ist denn unser Donner-Trank? Oder ich hab hier noch mehr, Moment mal, ich hab so einen coolen Trank. Jeder eigene Treffer erhöht die Angriffskraft, bis der Kampf erlitten wird. Aha. Jeder geht hinter der Gegner, beschleunigt bis zum Kampf mit der Regenstabilität. Gut, nehmen wir das mal zu uns. Verbrauchen. So, und können wir noch einen Donner zu uns nehmen? Donner-Trank. Versuchen wir einfach mal. So, er. Geht nicht, feierklar. Oh, Hunde gibt's auch. Was zu essen werde ich schlecht, denn wir sind schon am sterben hier. Geh weg, Wauwau. Dich will ich nicht töten. Naja, kann man wohl nix machen, ne? Bisschen Fleisch. Hier, verbrennt alle. Ja, ich hatte ja tolle Hilfe, ne? Niemand hat mir hier geholfen. Oh, die hauen aber ganz schön rein hier. Oh, 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 weg hier, weg hier, weg hier. So kommt der. Und tschüss. Komm, du mit dem Schild. Dich machen wir auch noch schnell platt. Du bist ja so ein harter Typ, ne? Und gut, dann machen wir das mal so. Oh. So, komm mal her und... Bä-bä-m. Hm, hat auch nicht geklappt. Wollte den sofort umbringen. Und dann geht's halt so, ne? Ah, Quest aktualisiert, finde ich, Junior. So. Ja, da waren doch viele Leute. Da war ich etwas zu voreilig. Ah, gibt's hier noch was? Ne, aber hier, oder? Wo ist Fleisch? Gut. Hier ist auch noch so ein Typ. Und da hinten war auch noch einer. Ja. Danke. Ein bisschen Futter zu uns nehmen. Aber was ist das denn hier? Nachricht von Igor. Lesen. Okay. Finde mit Hilfe der Hexersinn eine Möglichkeit, an das Geheimpaarsteck zu kommen. Okay. Ja, Moment mal. Lebenquests hier. Wo war die denn? Ehre und der Diemen? Die Button von Nobrek. Schrieg mir Taka. Ah, hab ich schon geschafft. Cool. Okay. Finde das Versteck von Hurensohn. Ja, jetzt mach ich halt die Hauptquests weiter, glaube ich. Ich muss nur noch mal gucken, schnell. Ne, das Versteck von... Ja. Okay. Machen wir das, weil wir ja schon hier sind. Hier muss es ja irgendwas Tolles geben. Woher kommen denn die ganzen Geräusche hier? Was gibt's hier? So ein Schnaps, wie immer. Kann man denn hier runter? Was ist das denn hier? In der Arena? Man muss jetzt nach rechts. Ich finde das Versteck von Hurensohn. Ja, hab ich doch vor. Hm, aber waren wir hier schon? Hier runter? Hier waren wir noch nicht. Gehen wir mal hier weiter. Mal schauen, wo es hier hingeht. Kanalisation? Ja. Wie geht's weiter? Das hier ist eine Arena oder so. Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Aha, hier. In dieser Wand ist es. Tadah, gefunden. Hallo, Junior. Mein alter Kollege. Ah, hier gibt's irgendeine Truhe oder so. Mysteriöser Brief. Lesen. An Hurensohn Junior, König Radovit, ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen. doch sind noch immer, doch sie sind immer noch am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung, alles klar. So, ja, hab ich gefunden, das Versteck. Wir haben halt Junior nicht gefunden, aber ja. Ich finde das Versteck immer noch. Ja, wie denn? Hier ist doch nichts mehr, oder? Also, hier ist nichts mehr. Ah, gehen wir einfach mal wieder hoch. Und wo war der Ausgang? Hier. Zum Glück gibt's keine Ertrunke, ne? Ah, hier war der Ausgang. So, gehen wir mal hier weiter. Und dann rechts. Ja. Ja, nur ich hab überlebt, ne? War ja mal klar. Okay, ich schau mal kurz auf der Map. Ähm. Ah, da ist Junior. Ich dachte schon, was ist das hier? Wie kommen wir da rein? Und sprich mit Dijkstra. Okay. Gut, das machen wir. Allerdings erst, äh, machen wir mal hier noch ein paar Quests. Hier, sprich mit Hacker. Das wollen wir mal zu Ende machen. Mal schauen, was es für eine Belohnung gibt. Oh, was ist denn hier los? Bandit? Oh, das ist nicht meine Sache hier. Ich lass die mal in Ruhe weiterkloppen. So. Almosen, Almoremas. Oh, hier gibt's Fleisch. Danke, Schweinefleisch. Was für ein Unterschied macht das denn? Ähm, ja. Hier geht's weiter. Wir wissen doch, wo sein Haus war. Das war doch hier, oder? Hey, gibt's wieder Schweine. Oh, kein Dämon. Ich will nur was zu essen haben. Danke. Ach, morgen früh sind da wieder Schweine. Äh, so schnell jede Zucht. Oh, was ist denn hier los? Oh, Moment mal. Wo bin ich denn hier gelandet? Warum wollen die mich denn angreifen? Ne, lass ich mal in Ruhe. Komm. Tschüss. Ah, es ist Nacht. Und deshalb gibt's bestimmt überall Banditen hier. Gebummelt wird nicht. Gebo-oh, gebo-was? Ähm, ja. Sind wir am Marktplatz? Ah, das war schon ganz schön weit, ne? Ich muss mal kurz schauen. Na, da sind wir schon angekommen, okay. Da sind wir schon. Tut mir leid, alle deine Männer sind tot, aber ja. Was willst du? Ich war bei Juniors Laden. Schon gehört. Meine Leute haben sich fast darum geprügelt, wer mir zuerst davon berichten darf. Was sie ziemlich beeindruckt. Ich kenne Hurensohn. Wo er auch steckt. Er wird ziemlich wütend sein. Hat sich nicht unter Kontrolle. Er wird aus dem Loch kriechen, in dem er sich versteckt hält. Kannst kaum erwarten. Geduld, Hexter. Und Kopf hoch. Hacker zahlt gutes Geld für gute Arbeit. Habt ihr eine Belohnung versprochen. Hier ist sie. Und es gibt noch mehr davon. Na dann. Was habe ich denn bekommen? Schauen wir mal, was der uns gegeben hat, der Typ hier, ne? 300 Kronen. Cool, danke. Danke, mein Freund. Danke. Hat das denn hier noch Tolles? Wieso geht das denn nicht? Ah. Okay. Wie kann ich mich schwer bewegen? V lesen. So. Was willst du? Was hast du? Noch mehr Arbeit? Was kannst du? Das hatten wir schon mal, oder? Junior. Die Geschäfte und Fett. Das hatten wir doch schon mal gelesen. Bis dann. Okay. Okay. Schauen wir mal, was es jetzt noch zu tun gibt hier. Irgendwie, irgendwie lässt sich irgendwie alles gerade schwer drücken. Also ich weiß jetzt nicht, ob meine Tastatur defekt ist. Okay. Hol dir die Belohnung vom Bettlerkönig für die Befreiung Rikus. Ach so. Cool. Ja. Machen wir mal. Mal kurz schauen. Mal kurz schauen, wo das war. Ja. Map. Wieso öffnet sich die Map nicht? Hallo. Will der mich jetzt verscheißern, oder was? Hm. M für Map. Ah, geht doch. So, wo ist denn der Typ? Da unten. Okay, dann müssen wir mal am besten schnell reisen. Wo können wir denn hier nochmal schnell reisen? Ähm. Wo bin ich? Ich bin da. Ich muss nach rechts. Was soll ich denn jetzt machen? Geh schlafen. Es ist spät. Wir haben 22 Uhr 18. Die, 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 die. Soll ich mit euch tanzen? Ich bin alles so leid. Wo ist das denn hier? Hä, bin ich jetzt blind? Oder? So. Wir wollen hier hin. Vor des Hierarchen. Okay. Nein, da konnte ich vielleicht Vogelfutter bekommen. Naja. Ja, kenn ich nicht, aber du kennst mich auch nicht, Freundchen. So, das war doch hier. Ne, das war nicht hier. War das hier? Oh, was macht ihr denn hier? Oh, ich wollte dich nicht sehen, aber okay. Und zack und tot. Und ich verbrenne dich mal schnell. Oh, der hat sich aber schnell erholt. Ähm, ja. So, wieso kann der jetzt nicht rennen? Hm, verstehe ich gerade nicht. Ich kann gerade nicht rennen. Ach so, ich habe eine Verkrüppelung, oder was ist das da? Hallo, junge Dame. Hm, aber ich zahle nicht. Ähm, bin ich hier richtig? Oder die Belohnung vom Bettlerkönig. Aber ich kann immer noch nicht rennen. Das ist ja komisch. Was haben die denn mit mir gemacht hier? Hm. Ich bin jetzt irgendwie verwirrt. Wieso finde ich das gerade nicht? Andere Seite. Ja, heute noch. Wieso geht das denn jetzt nicht? Wie lange bin ich denn hier verkrüppelt? Dass ich nicht rennen kann? Äh, ich glaube, ich habe mich bepisst. Ja, tut mir leid für dich, dass du dich bepisst hast. Ach so, ich bin voll. Boah, Mann, oh. Ich bin voll und ich dachte schon. Äh, wie kann ich das denn hier wegwerfen? Wegwerfen, ja. Okay. Ich habe zu viel. Okay, so, geht doch. Ich muss auch irgendwas verkaufen hier. Naja, das geht ja so nicht, ne? Wo war denn der Bettlerkönig jetzt? Moment mal. Hol dir die Belohnung ab. Ja. Will ich doch, aber irgendwie... Irgendwie komme ich hier nirgends rein. Komm ich hier hoch? Hier? Geht's da weiter hoch? Ja, komm, hier kommst du doch hoch. Was macht der denn jetzt? Meine Güte. Hier ist abgeschlossen. Hier komme ich nicht rein. Hm. Komisch, komisch. Hier haben wir nochmal hier lang. Nach Regen aus. Ah, echt? Sehe ich nicht. Ah, was für ein Fadenbruch. Wo war das denn? Moment mal hier. Ich will mal Tag haben hier. Ich sehe gar nichts. Meditieren. So. Was soll das denn jetzt? Tagsüber kann man doch viel besser sehen. So, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Mir reicht's mit dem Leben. Mir reicht's mit dem Leben. Traurig ist aber wahr, ne? Nee, das ist nicht hier. Hä? Stehe ich gerade nicht. Da war doch gerade so ein Weg. Ach komm, sei leise. Oh. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Hm. Aber echt. Irgendwie, ich weiß nicht. Ist die Batterie von meiner Tastatur gleich leer? Oder wieso bleibt er immer stehen die ganze Zeit? Das verstehe ich gerade nicht. Also ich gehe jetzt einfach nochmal hier rein. Mir meine Frau nie im Leben. Also. Ja, und dann? Wie komme ich denn da rein? Das verstehe ich gerade nicht. Hier hin. Ah, das war doch hier. Jetzt habe ich kapiert. Das war doch hier. So. Hallo. Aufmachen. Äh. Ah, geht doch. So, jetzt lauf mal hier da hin. Das war doch irgendwo hier. Genau, da war das. Boah, und ich suche die ganze Zeit wie ein Irrer. Ja. Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat es mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Und was hast du mir denn gegeben? Fünf Erfahrungspunkte. Cool. Nein, Gegenstände halten. Eilidrat. Aha. Rüstung. Und was noch? Nichts. Okay. Gut, ich schaue mal hier. Wo ist denn dieses Schwert, das der uns gegeben hat? Eilidrat? Oder was stammt da? Ah, da. Aha. Ja, aber unser Schwert ist viel besser, Freundchen. Und irgendeine Rüstung hat er uns gegeben. 78. Ne, lohnt sich auch nicht. Gut, kann ich denn irgendwas verkaufen hier? Denn ich bin ja wieder voll. Gibt es hier keinen Händler? Hast du keinen Händler? Ein großer Mann? Ne, habe ich keine Zeit für. Ja, gut. Wisst ihr was? Das war es dann auch erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal machen wir mal wieder ein paar Quests. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Und fürs Einschalten. Euer Almorema. Tschüss. Untertitelung. BR 2018